Willkommen bei der Online Booking Engine von AstraZeneca. In den nächsten Minuten zeigen wir Ihnen anhand eines Fallbeispiels, wie einfach es ist, mit dieser Software eine Reise zu buchen. Hier erhalten Sie wichtige Basisinformationen, die für das gesamte Tool gelten. Erstens, bauen Sie auf dem Gelernten aus dem Modul Segment Marketing Stufe 1 auf und gehen Sie zur Planungsphase der Kundendurchdringungsaktivitäten über. Zweitens, führen Sie sich noch einmal das gesamte Konzept für das Segment Marketing und die Phasen für die erfolgreiche Umsetzung vor Augen. Drittens, lernen Sie Ihre lokalen Märkte basierend auf dem potenziellen und dem einzigartigen Wert für dieses Segment zu definieren. Dieser Kurs wird Ihnen einen Einblick in das Unternehmen Lonza geben. Am Ende dieses Kurses werden Sie die zahlreichen historischen Meilensteine des Unternehmens aufzählen können, mit der organisatorischen Struktur von Lonza vertraut sein, die Unternehmensstrategie kennen, unsere Vision, Kultur und Kompetenzen verstehen und unsere zahlreichen Standorte überall auf der Welt lokalisieren können.